hallo ihr lieben das ist eine neue folge der bild besprechung heute mal ganz ohne einleitung das liegt einfach daran dass ich gerade echt beruflich wahnsinnig viel zu tun habe und zusehen muss dass ich meinen pensum an videos da irgendwie unter bekomme darum muss ich das hier am computer mal ohne großes brimborium machen und ja ich würde sagen wir legen gleich los das erste bild kommt vom horst maurer das der bekannte pacman nebel und hier als sogenannte habbel palette manchmal auch scho genannt oder scho palette das ist also eine farbaufnahme die besteht aus einem h alpha kanal einem o3 kanal und einem s2 kanal und der alpha kanal ist dann der farbe grün zugeordnet o3 ist der farbe blau zugeordnet und s2 ist der farbe rot zugeordnet und dann bekommt man ein bild das wird in der regel ziemlich grün sein weil der alpha kanal immer so dominant ist und da muss man das bild noch ein bisschen bearbeiten also muss die farbe ein bisschen verschieben damit man diesen typischen habbel space teleskop look hinbekommt der meistens in den randbereichen diese schöne goldbraune krustenfärbung zeigt in der mitte gibt es dann ganz verschiedene farbtöne und eben auch viel blau also goldblau und so das sind so die farben die da drin sind und das ist ein toller bild look das ist eine tolle ein toller bild eindrucken wenn ich das bild hier mal auf den vollbild mono modus nehme sieht man das ist beeindruckend durch die schmalband filter bekommt man ganz tolle kontrastreiche details wie man hier an diesen ja rändern sieht also dort wo diese sogenannten bright rims sich befinden auch hier diese ganzen ja ich weiß gar nicht wie man das nennen soll so ähnlich wie die pillars of creation im adlernebel ragen hier solche ja richtige molekülwolken in den nebel rein das sind tolle details dann lagern sich gerne mal bei so einem emissions nebel dunkelwolken vor das ganze ding da entstehen natürlich auch an den übergängen tolle kontrastreiche details ich kann auch mal ein bisschen hinein zoomen dann sieht man das noch besser ja hier sieht man diese ganzen details und auch hier oben sind sehr schöne details vorhanden die eben zum teil durch die schmalband filter noch mal deutlich gefeatured werden wenn man so will farblich ist das immer muss man sich gewöhnen es gibt leute die mögen die habbel palette nicht das hat sich aber so irgendwie etabliert in den jahr letzten jahrzehnten kann man fast sagen eben auch durch die aufnahmen des hubble space teleskops also mir gefällt es gut ich muss dazu sagen dass ich selber in den letzten jahren ich habe früher sehr viel in hubble palette gemacht macht nicht mehr so viel ich komme damit irgendwie nicht mehr so gut klar irgendwie befriedigt mich das nicht mehr diese vorgehensweise aber ich finde das ergebnis hier wirklich äußerst gut gelungen und der pacman nebel bietet sich dafür auch an also glückwunsch erstmal dazu ist natürlich eine monochrom kamera cmos kamera mit der das gemacht wurde entsprechende filter für h alpha o3 s2 das ganze wurde mit einem apo aufgenommen und dann zusammengebaut und zwar in pics in zeiten hier kommt der erste punkt für die leute die kein pics in zeit haben oder für leute die auch die habbel palette nicht so gut kennen dieses diesen habbel look den bekommt man da wurde mit photoshop entwickeln bekommt man mit photoshop eben auch sehr gut hin und mit pics in zeit ist das ein bisschen schwierig den hinzubekommen also erstmal großes lob an horst dass er das in pics in zeit hinbekommen hat mit photoshop wäre das ein bisschen einfacher gewesen gut ein paar kleinigkeiten die mir auffallen also erstmal muss ich wieder sagen man sieht hier da hat jemand schon erfahrung dass in zwölf stunden belichtungszeit die da drin stecken das ist schon weit über anfänger status hinaus ja das ist schon sehr fortgeschrittene astrofotografie mit schmalband filtern und so weiter und so fort also auf jeden fall ein bild wie ich immer sage mit wow effekt wo man erst mal sagen boah sieht auch super aus aber ich finde ja immer ein paar kleinigkeiten und ja was mir in dem bild zuallererst auffällt und dazu besuche ich noch mal rein das ist die sternabbildung und ich habe am montag ja ein video gemacht wo ich so ein bisschen darüber geredet habe dass ich finde dass apos oder was heute so als apos verkaufe nicht mehr unbedingt irgendwie zu einer sternabbildung führen die ich für apos würdig halte und mir fällt hier auf die sterne haben irgendwie eine komische form du schreibst selber dass der stern warten apos so seine eigenart eigenart jetzt weiß ich nicht ob das der stern warten apos mit dem du hier aufgenommen hast die brücke konnte ich nicht bauen da wusste ich nicht den zusammenhang wenn es so ist dann würde ich mal da hinterher gehen also du hast auch geschrieben du hast das schon mit dem händler irgendwie kommuniziert und hat ihn auch schon mal nachjustiert aber das sieht sehr sehr merkwürdig aus diese sternabbildung hier vor allen dingen bei den hellen stern ja rund ist das irgendwie nicht und es liegt nicht an der nachführung oder am fokus oder solchen sachen ist irgendwie ganz ausgefranst die sternabbildung das ist mir sofort aufgefallen wo ich dachte das muss nicht sein also da kann man also würde ich mich nicht mit zufrieden geben sagen was mal so dass mal als hinweis hier das ist irgendwie sieht aus wie schneeflocken aber also das würde ich nicht das ist für mich keine abbildung eines apos um das war ganz deutlich zu sagen woher das kommt ob das teilweise auch der bild bearbeitung geschuldet ist das kann ich nicht so genau beurteilen weil ich das rohbild nicht ab hier wäre es auch interessant gewesen mal ein rohbild zu haben um zu gucken ob da in den rohbildern die sternabbildung schon so ist du hast geschrieben dass du gewisse dinge auch getan hast in der bild bearbeitung wie die convolution etc pp da kannst du auch mal gucken ob da irgendwas vielleicht die sternabbildung beeinflusst hat aber wenn du diese komische sternchenförmigkeit hier schon in deinen rohbildern drin hast da würde ich dann noch mal wirklich nachbessern was das teleskop angeht also wie gesagt kann man darüber streiten für meinen geschmack ist das nicht wirklich apowürdig gut also provokante sache gebe ich zu habe ich auch in dem video vom montag schon gesagt aber das ist so fällt mir auf und das ist irgendwie in dem bild irgendwie ja eben auch sehr auffällig eine zweite sache die mir aufgefallen ist ist man erkennt dass das bild sehr stark entrauscht wurde und da habe ich mal ich war auf deiner astro bin seite und habe mir das da mal angeguckt und habe dann eine ältere version gefunden das ist die hier von dem bild und wenn man da mal reinschaut sieht man dass hier das entrauschen nicht oder nicht so stark stattgefunden hatten das gefällt mir persönlich besser ich finde dass irgendwie die details dadurch besser zum tragen kommen ich sehe aber auch dass du in der anderen version hast du ein bisschen mehr glaube ich farbsättigung und kontrast drin dadurch wird diese finale version wie du sie nennst natürlich wesentlich beeindrucken aber vielleicht kann man ja ein kompromiss finden aus dieser version und der finalen version also auf deutsch gesagt hier vielleicht noch kontrast und farbsättigung ein bisschen anheben dann würde mir das ehrlich gesagt besser gefallen weil ich diese ganz das ganz starke entrauschen finde ich immer komisch und das ist so ein wie ich das schon seit jahren eine typischer pix inside look der dadurch gewisse entrausch methoden eben scheinbar zu tage trifft letzte sache die mir auffällt ist dass hier irgendwie so ein komische magenta spur drin ist also hier sind so komische magenta artefakte und irgendwie ziehen die sich auch durchs ganze bild also hier um diesen hellen stern sind irgendwelche artefakte und hier das sieht auch so ein bisschen komisch aus dass es alles so magenta ist gut also das sind nur klar das klingt immer so soll ich mich selber hören würde würde wie immer sagen da nimmt das bild auseinander und und findet nichts gutes daran aber ich finde natürlich sehr viel gutes an dem bild aber mir fallen eben ein paar sachen auf also deswegen schickt er ja auch die bilder weil er hören wollte was kann man daran besser machen gehe ich mal von aus gut also das wären die drei dinge die ich verändern würde vom grundsätzlichen workflow also wie würde ich eine habbel palette machen ich mache das mittlerweile so ich gehe hin nehme dann den gesteckten halfer kanal o3 kanal s2 kanal und du bist ja auch sehr bewandert schon mit sterne entfernen habe ich gesehen mit star net und so weiter und ich würde dann aus diesen drei kanälen die sterne entfernen und würde dann erst mal die farbe zusammenbauen mit diesem sternlosen bildern darauf achten dass keine überreste von stern mehr in dem bild drin sind da muss man also wirklich sauber hinterher sein dass man irgendwie überreste die durch sterne entfernen irgendwie in den bildern möglicherweise drin bleiben dass man die komplett entfernt da würde ich erstmal die farbe aufbauen und dann würde ich nur den h alpha kanal mit den stern nehmen und den als luminanz benutzen dabei ist es wichtig dass man die intensitäten abgleicht also dass der auf deutsch gesagt hat alpha kanal dann als luminanz kanal nicht heller ist als die farben und vice versa so dass man da irgendwie gleiche intensitäten hat den alpha kanal den du dann als luminanz benutzt kannst du natürlich auch noch schärfen aber da ist eben die meiste information das meiste signal drin und da kannst du dann irgendwie so sachen wie was weiß ich sterne verkleinern oder oder schärfen von details machen und so weiter und sofort möglicherweise auch ein bisschen entrauschen und so und dann das zusammenbauen als lrgb und so die habbel palette dann aufbauen ja und dann würde ich den den rest so bearbeiten wie jedes andere bild auch aufbau das sind dann meistens kleine kniffe die irgendwie was war sich farbsättigung anheben ein bisschen kontrast anheben die dann irgendwie dem bild so ein bisschen mehr pep führen ja das ist so was mir zu dem bild einfällt ich hoffe das hat dir geholfen so das bild kommt von der lieben mona die hat das bild aufgenommen in der nähe des dortmunder flughafens wo man also davon ausgehen kann dass dort eine ordentliche lichtverschmutzung herrscht wie man sehen kann ist das eine schwarz weiß aufnahme und zwar in h alpha das heißt hier wurde mit einem h alpha filter auf deutsch gesagt ganz einfach der h alpha kanal aufgenommen mit drei stunden belichtungszeit durch ein newton teleskop und mit einer zwo oasi 1600 ich bin ein großer fan von h alpha schwarz weiß aufnahmen und gefällt mir mittlerweile langsam besser als die habbel palette die mir wie ich gerade beim horst schon sagte über die jahre so ein bisschen ja ich nicht mehr so ein riesen fan von bin wie es anfangs mal war deswegen mache ich hin und wieder auch mal bilder nur in h alpha und finde das eine ganz tolle sache hat für mich so ästhetisch was besonderes ja wie ein schwarz weiß foto also die einzigen bilder die ich mir an die wand hängen würde ich habe hier selber zu hause keine astro fotos hängen während h alpha schwarz weiß aufnahmen gut wollen ja nicht über meine bilder quatschen sondern über deine und ja du schreibst selber zu dem bild dass es dir eigentlich ganz gut gefällt von den details dass du aber so ein paar sachen siehst dass es irgendwie so ein bisschen verschwommen ist oder unscharf und wenn man da mal ein bisschen rein zum kann man das erkennen was du auch schreibst ist dass du keine korrektur bilder verwendet hast und ich finde man sieht das hier man sieht hier also hier ist es sehr dunkel hier ist es sehr dunkel hier außen ist es wieder hell also ich glaube dass hier man irgendwie einen vignetten effekt erkennt also das mit den korrektur bildern würde ich einfach mal angehen das thema das bringt wirklich viel vor allen dingen flats bringen hier wahnsinnig viel also darks kann man auch mal weglassen ganz ehrlich gesagt habe ich ein video mal drüber gemacht und ja ich weiß nicht genau wie das bei den bei den 2a sie bei oder bei den bei den cmos chips grundsätzlich ist vielleicht muss man da auch zwingend darks machen aber ja ich glaube die meisten haben hemmungen flats zu machen weil sie nicht richtig wissen wie das funktioniert habe ich auch ein video schon zugemacht guckst ja mal an und setzt sich damit mal auseinander ich glaube das hätte dem bild wirklich gut getan flats zu machen so dann gucken wir uns das mal ein bisschen im detail an ja und was ich toll finde und was du glaube ich auch meins was du auch selber toll finden das ist das ganze gekräusel hier also da sind wahnsinnige details in diesem nebel die unglaublich kontrastreich rauskommen das natürlich total toll übrigens kleiner hinweis viele nehmen diesen nebel auch noch in o3 auf weil sie auf farbaufnahmen sehen dass hier über diesem ganzen h-alpha gewusel irgendwie noch was blaues ist das aber ein reflektions nebel also da macht es keinen sinn o3 aufnahmen zu machen auch s2 wird man hier ganz ganz wenig bekommen es macht also wirklich nur sinn hier h-alpha aufzunehmen und dann wirklich reines rgb aufzunehmen die bilder irgendwie zu verarbeiten oder wie monas gemacht hat einfach eine schwarz weiß aufnahme im h-alpha zu zeigen gut also das ist toll aber wie du selber schon schreibst da ist eigentlich noch mehr drin also sieht so ein bisschen aus als hätte man die brille nicht an ja also ein bisschen verschwommen einfach und wenn ich mir jetzt mal die sterne angucke wo habe ich es denn gesehen ja grundsätzlich also ich glaube zwei sachen sind hier passiert ich glaube dass der fokus nicht 100 prozent getroffen ist die sterne wirken sehr fluffig und das könnte oder die wahrscheinlichste erklärung dafür dass das bild nicht scharf ist wird der fokus sein kann man aber ganz schwer sagen also für mich sind die sterne relativ fett ich hätte erwartet dass sie ein bisschen weniger fett sind das andere die sind so ganz leicht elongiert und zwar aber nicht wie ich finde durch ein nachführfehler sondern man sieht hier nach rechts hin im bild ist die intensität der sterne höher während sie nach links so ganz leicht nach oben so ein bisschen ausfranz das könnte also sein dass dann teleskop nicht gut kollimiert ist das würde ich auch noch mal angehen da habe ich leider noch kein video zu gemacht das ist aber auch schwer in dem video zu vermitteln wie man teleskop und vor allem newton teleskop richtig kollimiert das sind so die beiden sachen die ich mal vermuten würde jetzt ist es auch so das ist aber ein heikles thema wenn ich mir deine ausrüstung anschaue du hast eine zwo oasi 1600 sehr weit verbreitete kamera die bekanntermaßen sehr gut ist zumindest für kleinere teleskope und dann hast du ein bresser newton teleskop die eher so den ruf haben ja anfänger optiken zu sein irgendwie so typische fernost dinger irgendwie besser ist ein vertrieb für in fernost hergestellte teleskope ich habe seit meiner kindheit keinen bresser teleskop mehr gehabt und ich möchte mich nicht anmaßen da jetzt viel zu zu sagen mit sicherheit kann man damit sehr gute fotos machen aber ich glaube auch dass es irgendwie bessere newton teleskope gibt auch in der größenordnung auch da ich habe ja gerade ein video darüber gemacht mit dem man vielleicht dann noch eine bessere abbildung hinbekommt aber ich würde erst mal bevor du jetzt hingehst und hier neues teleskop haus das ist immer eine schwierige sache wenn ich jetzt sage das teleskop ist mist kauft ihr mal schön neues das kann ganz schön wie soll ich sagen da lehne ich mich weit aus dem fenster also es kann kann schwierig sein das heißt ich würde erst mal die kollimation checken ich würde gucken ob du den fokus besser hinkriegst ja eine batinoff maske wenn du keine hast würde ich mir sofort anschaffen und dann schauen dass man da irgendwie bessere sachen noch hin kriegt du hast ja eine aufnahmesoftware mit der asi 1600 da kannst du dich dann auch mal hinsetzen und mit sicherheit kann man da einen einzelnen stern zum fokussieren rausnehmen und die sogenannten fw h m werte ablesen und ja der beste fokus ist der oder fw h m wert von dem stern sehr klein ist das sind so die sachen von der bildbearbeitung finde ich das eigentlich sehr gelungen ja du hast ein sehr kontrastreiche aufnahme wo alle farbschartierungen oder oder helligkeitschartierungen drin sind also vom wirklich tiefen schwarz bis zum strahlend hellen weiß jetzt gucke ich mal weil ich fies bin gerade das histogramm an ja ich hätte fast erwartet dass hier unten dass da vielleicht irgendwie die tiefen geklebt hast hast du aber nicht also bis zwar sehr knapp dran aber aus der versuchung widerstand also man sieht hier die schöne typische für die sky objekte typische den typischen verlauf der des histogramms ich habe hier gerade mal den weiß regler noch dahin gesetzt weil hier ja gar keine information ist dadurch bekommt das bild noch mal ein bisschen mehr strahlkraft ja könnte man auch noch machen gut dann hast du geschrieben du hast die bilder in deep sky stacker gesteckt das hat offenbar prima funktioniert hast also dementsprechend ein schönes signal rausgekriegt wie man auch am histogramm gerade gesehen hat hast dann in fits work das histogramm gestreckt das funktioniert auch prima das habe ich bis vor wenigen jahren auch mit fitz work gemacht weil das aus irgendeinem grund da super funktioniert hat also alles prima bis hierhin dann hast du das bild in adobe photoshop geöffnet hast dann geschrieben dass du es da erst in 16 bit umgewandelt hast das habe ich so noch nie gemacht deswegen möchte ich mich hier auch nicht so weit aus dem fenster lehnen ich weiß dass das geht dass man dann aber eben noch mal die tonwerte und die gradations kurve anpassen muss meines erachtens besser wäre es du speicherst ist wenn wenn du den stretch gemacht hast in fits work schon als 16 bit tiff ab und öffnet das dann in photoshop und bekommst das bild dann genau so wie du es eben in fits work gestreckt hast ja ist meines erachtens dann die ja vielleicht bessere variante weil logischer ganz einfach gesagt dann schreibst du dass du nicht viel mehr an dem bild gemacht hast ein paar kleinigkeiten du schreibst du hättest glaube ich was war es für ein filter hier ein hochpassfilter drüber gelegt mit einer sternmaske klingt alles super als ich in das bild mal so richtig rein gesucht habe habe ich etwas gesehen dazu muss ich für die nummer ich sehe es jetzt doch ich weiß nicht ob man das an den bildschirmen zu hause erkennen kann aber hier sind überall so runde kleine schwarze flecken also es ist so ein wie soll man das nennen so eine art mosaik effekt hier über das ganze bild gelegt und da fürchte ich dass du vielleicht doch irgendwie also entweder mit irgendeiner photoshop action oder diesen fehlter das hat nur neulich mal das hat jemand drunter geschrieben dass das daher kommen könnte wie heißt er denn jetzt im dunkle bereiche vergrößern heißt der im deutschen im englischen für die englische version heißt hast du entweder maxima ich glaube maxima ist oder minima ist bin mir nicht hundertprozentig ich glaube maxima ist filter also dunkle bereiche vergrößern hier der ist es ja dieser effekt könnte daher stammen ich mache das hier demonstriere das mal ich gebe jetzt mal drei an und du siehst dass dieses diese komischen effekte immer größer werden und die sterne fangen an ganz komisch auszusehen vielleicht dass es bewusst oder unbewusst gemacht also mein tipp geht dahin dass es irgendwie hier in dem bild passiert sein könnte da wäre ich sehr sehr vorsichtig also ich habe in einem in vielen der bildbesprechungs videos diese aktion diese photoshop action verlinkt von der seite von thomas henne kann ich hier auch noch mal drunter setzen als link um sterne zu verkleinern und das sterne verkleinern funktioniert eben über diesen filter dunkle bereiche vergrößern man muss aber den ganzen hintergrund maskieren darf den filter nur auf die sterne anwenden das macht die action automatisch die macht das sehr gut und intelligent deswegen wenn wenn du diesen filter benutzt haben solltest dann versuchst doch mal mit dieser photoshop action damit kann man die sterne verkleinern und hat eben nicht dieses komische diesen komischen effekt hier im bild ansonsten kann ich nur sagen weiter so und ja ja ich glaube wenn du die tipps die hier jetzt gegeben habe beherzigst also flats machen das teleskop noch mal kontrollieren ob es wirklich kolumiert ist ja schwierig zu sagen aber vielleicht in zukunft über ein anderes teleskop nachdenken vielleicht ein teleskop was von den komponenten her doch höherwertiger ein bisschen höherwertiger ist damit du auch wirklich eine gute abbildung kriegst da verweise ich noch mal auf das video vom letzten montag das was habe ich gesagt und die bild bearbeitung ein bisschen vorsichtiger die grund bild bearbeitung hast du schon drauf irgendwie hier ist irgendein filter der den noch so ein bisschen den hintergrund verhagelt hat ansonsten einfach weiter so und die ränder abschneiden das fällt mir immer wieder auf so bild freistellen boing hand weg gut ansonsten weiter so und ja mehr h-alpha bilder in schwarz-weiß finde ich super ja das dritte bild für heute kommt vom lieben george kostanza ich glaube hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen es ist ein pseudonym hier noch mal der hinweis wenn ihr nicht wollt dass ich euren vollnamen nenne und wenn ihr nicht wollt dass ich eure bilder in der vorschau des videos benutze dann weist mich bitte in der e mail wenn ihr das bild einsendet kurz darauf hin oder denkt euch einen pseudonym namen aus oder sagt einfach sagt einfach irgendeinen namen diese wünsche werden natürlich berücksichtigt deswegen ja das hard and soul nebel wie man unschwer erkennen kann und der george hat geschrieben dass er astrofotografie erst seit 2019 seit dem februar 2019 macht also hat sich vorher schon sehr gut informiert welche ausrüstung er sich kaufen will hat sich dann eine entsprechende ausrüstung gekauft ich wiederhole mich da total aber wir leben scheinbar in tollen zeiten ja man kann sich heute sehr gut informieren die ausrüstung ist dann wirklich sehr gut ausgewählt eine stabile montierung eine eq 6 r dann wurde ein newton angeschafft ich glaube ein 6 zoll newton ein mgen und so weiter und so fort pix inside als bild bearbeitungssoftware ich nehme das gleich mal vorweg für diejenigen die sich fragen dieses bild wurde dann nicht mit einem newton aufgenommen sondern mit dem so genannten space cat von williams optics das ist ein sehr kurz brennweitiges teleskop ein sehr kleines teleskop habe ich in einem video auch mal vorgestellt gibt es als red cat und als space cat die beiden teleskope unterscheiden sich glaube ich nur in ihrer farbe gut das ist dafür dass du das hobby astrofotografie erst so seit zu kurzer zeit betreibst sehr sehr gut und du schreibst selber du bist ein bisschen stolz und das kannst du auch sein ja also du kannst aber auch stolz sein dass du viele dinge schon ja einfach berücksichtig ist oder gemacht hast die du vermutlich in verschiedenen tutorials und in internetseiten oder in büchern die angelesen hast wie zum beispiel eine aktive nachführung das dieser ring was ich ja immer predige du hast hier vier stunden lang belichtet was ich absolut vorbildlich finde du hast eine solide bild bearbeitung hingelegt und ja also kann man nur wirklich loben und sagen unbedingt weiter so und du bist auf einem sehr guten weg so das war der lobteil und jetzt kommen die kleinigkeiten die mir auffallen du hast ein bild mitgeschickt lustigerweise jetzt habe ich es weg gemacht ein bild mitgeschickt wo man die bild bearbeitung schritte erkennen kann für diejenigen die pix inside nicht haben sehen man kann diese einzelnen bild bearbeitung schritte hier sozusagen auf dem desktop ablegen und ja pix inside benutzt immer so seine eigenen namen für die einzelnen prozesse und die sind teilweise so ein bisschen komisch ich will es mal so sagen alles bis hier hin also bis zu dem sogenannten mask stretch ist so eine standard bild bearbeitung du hast die image calibration gemacht image integration cosmetic correction die bear star alignment local normalization das bis hier hin würde ich als datenreduktion bezeichnen also die korrektur von den lights mit den bias und den darks und den flats und das alignment und dann kommt eine farb kalibrierung noch dann kommt ein stack erstmal wo ist der stack eigentlich ach dass sie image integration hier oben das macht mich jetzt so ein bisschen das wundert mich so ein bisschen ok calibration dann machst du schon die integration dann aber erst das die bearing falls du das wirklich in der reihenfolge gemacht hast würde ich das nicht machen also ich würde die calibration machen dann hast du ja sozusagen kalibrierte farbbilder die aber noch als raw vorliegen sozusagen dann würde ich dann das die bearing machen und dann das die image integration gut photometric color calibration das ist also die farbkalibrierung nach einer b-v methode allerdings ne nicht allerdings sondern punkt nach der b-v methode es gibt in pixelzeit noch eine andere dann die dynamic background extraction das benutzt man um gradienten zu entfernen habe ich hier schon ein paar mal gezeigt scnr ist eine methode um verschiedene farbstiche wegzubekommen hier wahrscheinlich für einen grünstich so und dann kommen verschiedene sachen ok multiscale linear transform ist wahrscheinlich zum entrauschen mask stretch hast du benutzt um das bild zu stretchen und nicht so fette sterne zu bekommen und alle diese punkte die jetzt kommen sind sachen die ich mal vielleicht überdenken würde vielleicht komplett weglassen oder zumindest weniger stark machen ähm warum dazu gucken wir uns nochmal das finale bild an und was mir sehr sehr deutlich auffällt ist dass die sterne ziemlich merkwürdig aussehen mhm zum einen sind die sehr pixelig und klein geworden und zum anderen haben die hier so einen ziemlichen flausch außen rum also es gibt kleine helle pixelige sterne und es gibt große bauschige sterne die irgendwie gar kein richtiges zentrum mehr haben und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht wenn man ein bisschen kleiner zoomt sieht man äh das sieht irgendwie komisch aus und da würde ich nochmal rangehen nochmal gucken ich habe die dekonvolution äh im verdacht mhm du hast aber auch noch einen anderen prozess gemacht ich gucke jetzt nochmal kurz rein ich glaube morphological transformation das ist echt ich habe da ein video zu gemacht wie man sterne verkleinert mit der morphological transformation das ist einer dieser pix inside prozesse wenn man da eine kleinigkeit falsch macht oder so dann kann man sich damit echt die sterne wahnsinnig versauen also ich habe irgendwie den verdacht dass irgendwie einer von den beiden prozessen oder sogar beide waren die dir hier irgendwie die sternabbildung äh ein bisschen verhagelt haben das gefällt mir persönlich nicht so gut muss man aber schon rein zu ums überhaupt zu sehen wenn man jetzt irgendwie rauszoomt fällt es nicht so auf ansonsten farblich finde ich das astrein hier unten ist irgendwie noch ein gradient wo man gucken könnte äh was da los war es ist ich wiederhole mich da auch sehr sehr häufig glaube ich einfach so dass du bei der bildbearbeitung so ein bisschen übers ziel hinaus geschossen bis ich wird wie gesagt die letzten schritte entweder ganz weglassen oder wirklich nur in ganz kleinen dosen anwenden und nochmal gucken was da genau passiert ich habe das in irgendeinem der letzten videos mal gesagt immer auch äh ein bildbearbeitungsschritt machen und vor und zurück quasi äh machen und schauen irgendwie was passiert mit den sterben und nicht nur das bild als ganzes angucken äh weil oft denkt man wow dieser bildbearbeitungsschritt xy hat irgendwie den nebel total schön hervorgebracht die sterne nach hinten gedrängt und so weiter und so fort aber wenn man sich dann im detail die sterne anguckt sehen die total blöd aus oder man kann sogar irgendwie details im nebel äh äh killen durch verschiedene prozesse also da wirklich nochmal sehr kritisch rangehen es ist einfach es ist nicht viel aber es ist ein bisschen überprozessiert das ist alles was mir zu dem bild einfällt ansonsten großartig schöne bildkomposition die beiden nebel in einem äh blickfeld die nebel kommen auch sehr schön vom hintergrund ähm also heben sich deutlich ab du schreibst dass du ein idas lps filter benutzt hast äh meine meinung dazu kennt ihr ja jetzt mittlerweile wenn ein filter dann den idas filter ich finde man sieht das auch sehr gut dass hier irgendwie das sieht noch alles sehr natürlich aus du schreibst du benutzt den weil der nachbar irgendwie fiese lampen hat vielleicht hilft es aber einfach sich einen sichtschutz schon zu basteln und den filter mal weg zu lassen ich weiß es nicht dazu müsste man mal beides machen und den vergleich sehen ja gradienten wie gesagt durch lichtverschmutzung kann man auch mit pix inside entfernen machst du ja auch schon und kannst du dementsprechend auch schon ansonsten super bild weiter so 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 so